moin sind wir sind immer noch im assassinen grab und wir versuchen immer noch hier diese wachen auszuschalten ja die letzten haben wir ja in der letzte folge ist cooler sprung die letzten haben wir in der letzten folge da oben ist noch einer laut karte ist dahinter dem geht dann einer aber wie komme ich am den ran ach so okay habt schon hier sehen gerne das lasst los dass er immer zu anhänglich ist mit onkel hopst du einfach da hoch da kommen sie mich doch du bist so gemein so das hat jetzt davon ja wir können sie ja mal aus rauben bringt zwar nicht viel aber ich lasse die letzten jetzt mal liegen weil für die florina lohnt sich die ganze mühe nicht gut wo sind wir denn hier okay okay aha da oben könnte es weitergehen aber irgendwie hat es doch hier geklimpert oder wer weiß ich nicht juden hüpfen wir mal hier so dumm dumm es ist doch wohl hier mit mit high speed ich bin da nicht so ist ja schon allein deswegen weil er einfach zu blöd dafür ist einfach mal in die richtung zu rennen wo ich hin drücke kann er nicht will er nicht keine ahnung wo die sein problem ist wo bin ich überhaupt ach da bin ich vorher rausgekommen aus dem loch oder ist das das ja das müsste das sein wo das wo das sei so geblinkt hat gut jetzt geht das darunter und dann muss man da lang okay tätige mal bitte gut das haben wir auch euer leicht das ist ja kiki moment wo muss ich hin darüber wie soll ich darüber kommen da unten waren wir okay mal kurz gucken mal kurz lagepeilen hier da ist der mechanismus wo jeder mit muss so wir könnten uns so wir könnten uns aha okay okay das geht ja leicht ist ja kiki ist ja pille palle keine herausforderung ja ich höre ein pferd einer zwei drei vier vier und da oben ist ein loch okay auf der karte sehen wir drei ich habe vier gezählt bin ich halt mal gespannt wie flitze bogen ähm da ist nichts da geht es nicht ich hab's mal hier hoch na komm ruhig so das war der jetzt 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 ähm ja jetzt wo waren die anderen die sind alle da unten ne da ist ja auch so ein dicker ach du mensch jetzt wo ich dich sehe kenne ich dich auch oder cool wa kamera die spielt auch nicht so richtig mit hier gerade so porschen wir uns mal ganz hier fliegt hier so um die ecke so da ist der da sind die pferde ich hab's aber seid ihr so blöd oder tut jetzt was so ich bin mir sicher was wäre eben noch hier ihr seid wirklich blöd warte mal den dicken da wegen mal gucken der hat bestimmt oh ein medizinchen äh ne so medizin nehmen wir gleich mal weil wir ja schon ein bisschen hier litten haben okay hier ist der leiter da geht's hoch okay aber ich will mich gerne noch hier unten umgucken nicht dass wir hier irgendwie eine kiste übersehen ist ja alles möglich ne ich seh nix siehst du was ich denk mal hier geht's hoch was mir das bringen soll weiß ich nicht wo war jetzt das loch hast du hier mal gemerkt wo das loch war wenn ihr schon zuguckst okay hüpf ich weiß jetzt nicht ob das jetzt hier richtig ist aber wir gehen trotzdem mal hier lang weil das sieht mir gar nicht falsch aus da oben ist das loch ha mensch ich wusste es i have es gewusst weil ich so gut bin gut was haben wir hier da haben wir ein schild da haben wir ein schild da kommt der dann schaffst du nicht okay schafft er nicht müssen wir doch hier lang so gehen wir da lang hops mal rüber hops mal rüber und gehen wir hoch und noch eins höher mal kurz äh lagepeilen nicht dass wir jetzt hier auf wohin springen wo man gar nicht gab kann man finden wo man gar nicht sein wollen so wollte ich jetzt den satz noch beenden äh juhu da ist äh was hier gibt es nichts weiter ich will doch mal gucken nur mal gucken nicht dass wir jetzt hier weiter rennen und dabei übersehen wir hier alles hier ist nichts weiter hier ist nichts weiter hier sechs weiter da ist mechanismus und da ist irgendwas anders ok gehen wir mal gucken was dieser hebel hier zu bedeuten hat ja du kannst ja auch mal runter gehen oh typ so erstmal erstmal gucken aha 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 jetzt ist das da aufgegangen bleibt das offen aha und dann geht es wieder zurück ok ich habe jetzt zwar noch nicht so wirklich jetzt gesehen wie was wo hier wir müssen glaube ich warte mal wir müssen hier rüber dann hier hin so schnell dann dahin so dann bestimmt dahin oder auch nicht da nicht hin dahin dann vielleicht noch ins höhere mal testen so hier wieder rüber hoch hier und über da hoch dann hier so machen wir so dann hopst der dahin dann gehen wir hier hoch das sieht ja es läuft ja wie länderspiel zack zack und dann darin gut ok ist ja leicht kannst dich mal umdrehen ok ich will ich will ich will ich will zur anderen seite drehe ich mal bitte geht doch ich will jetzt hier nicht in die tiefe stürzen stöße stöße hüpf 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 oha ist ja noch höher ok hier kommt er ganz langsam runter und elegant abgerollt ich bin so gut 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 weg wissen wir ja jetzt muss er wohl auf die kacke holen ja das ist schlimm der typ ja das sind die die immer zu wenig aufmerksamkeit kriegen weißt du so so du geh doch mal hoch hässliches kind okay tue ist zu es zieht nicht mehr ich nehme erstmal die kiste mit weil wir sind ja jetzt im grab drin mehr wird nicht mehr kommen schon mal 300 florin äh da ist keine kiste aber da sind noch kisten das ist doch schön nehmen wir natürlich alles mit so nehmen wir natürlich die armor mit dann haben wir schon wieder 900 florin dazu bekommen ist doch mal schön ne wer ist das da kennt denn irgendwer diese statu aus irgendeinem teil schreib mal eine kommentare ob ob der in irgendeinem teil so vorkommt wie der da steht weil ja das werden wir schon noch irgendwann sehen weil ich werde ja alle alle teile machen aber das wäre mal gut zu wissen so dann machen wir auf gut wer klopft denn da an die tür 2 von 6 siegel naja die anderen können wir auch noch und wie batman und nochmal 1500 florin dazu mensch alter das lohnt sich wo kommen wir jetzt hin warte mal wir müssen uns ein bisschen kreis drinnen geht das schneller das geht nicht wirklich schneller aber das sieht halt so aus mach halt schneller sonst funktioniert der trick nicht na du komm na los sehr lieb schnarch schnarch oh ich muss geil kotzen siehst du wenn du mit so einem vulgären ausdrücken kommst du dann geht es weiter so wo komme ich denn raus so wo komme ich denn raus ok wundert sich keiner ich bin der kanalarbeiter so subi haben wir doch mein umhang ist in diesem gebiet nicht wirksam wieso dieses gehört das nicht nicht mit zu dem onkel dazu ist ja kacke ist doch kacke gut dann können wir mal kurz auf die karte gucken wir sind dort und wir müssen ja da oben da müssen wir hin das wächst ja noch von der vorigen folge wenn nicht der erste pech oder du guckst die vorige folge noch an nur zu empfehlen so aussichtspunkt nehmen wir wieder mit dann müssen wir in diese richtung ja 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 oh schon juckt's ein hier ekelhaft oh ja du komm du komm verpisse dich verpisse dich sonst mach ich dich kaputt ich muss mal wieder nach hause da ist wieder viel geld in der kiste oh ey kaum bist du wieder oben kaum rennen hier viele leute rum schon ist dass du da am ruckeln und am zuppeln ja betrunken aber auch na wenn das kein lustiger Affe ist du pass mal auf wenn du gleich ein paar ins Gesicht kriegst du lustiger Affe guck mal der lustige Affe der findet sogar noch eine Kiste meine noch mal 300 na mensch das läuft doch wie ein Länderspiel hier gut ich mach kurz Aufnahmepäuschen jetzt sind wir uns morgen wieder und dann werden wir wahrscheinlich hoffentlich denn zum Ziel kommen und ich sag mal wieder tschüss vielen Dank fürs Zuschauen natürlich wieder Bewerb nicht vergessen ne Comments schreiben Daumen geben und dann bis denne dann ein bei die d die die